Herrschaftszeiten, das kann man überhaupt nicht mehr mit anschauen, wie der in sich reinfrisst da. Eberhofer? Wir haben hier ein Brandlaich! Riecht für ein Schwänzbratengel. Eberhofer! Ab jetzt halten wir strenge Diät. Das ist ein Brokkoli-Tofu-Eintopf. Wegen dem Hirschen, da können wir jetzt unseren Komposthaufen zusammenfressen. Weißt du, Pauli, eine Frau sucht bei einem Mann die Herausforderung. Das mit dem Franz und mir, das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Das ist eine Katastrophe. Pauli! Pauli! Ja, Pauli! Auf geht's, früchschüss! Schau aus meinem Fenster aus! Das hat nichts zu bedeuten. Pauli, gibst du der Mama einmal den String? Echt? Geh noch ein bisschen dickere Scheiben. Weißt du was? Machst das selber. Du Leberkäse-Junkie. Mann. Du Leberkäse-Junkie. Du Leberkäse-Junkie.